Was um alles in den 14 Windrichtungen macht ihr denn da oben? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Hilft euch das beim Nachdenken? Äh, klingt gut. Nämlich, das ist ab sofort der Grund. Worüber denkt ihr denn nach? Ich war einst ein erfolgreicher Seilbahnfahrer. Aber auf meiner Jungfernfahrt hierher warst meine Donne in die Wand. Ich bin der einzige Überlebende. Wie viele waren denn an Bord? Ich. Warum seid ihr in die Wand gefahren? Ein technischer Fehler? Nein. Ich war nur so in Gedanken, dass ich vergessen habe zu bremsen. Ach so. Oh. Aha. Soll ich euch da runterholen? Das musst du entscheiden. Fühlt ihr euch nicht ein wenig allein hier oben? Was ist Einsamkeit? Was außer der Abwesenheit anderer Asposer? Um nicht allein zu sein, suchen Asposer andere Asposer und zeugen mit ihnen kleine Asposer, die wiederum allein sind. So wie alle Kinder allein sind. Oh, das macht mich so traurig. Und amirat. Ist das ein riesiger roter Pony, der hier über das Windrad gezogen wurde? Wovon ernährt ihr euch eigentlich hier oben? Von Fliegen, die mir zwischen die Zähne fliegen. Das ist bitter, aber so ist das Leben. Der arme Typ. Was wisst ihr über Windmönche? Alles. Aber das ist geheim. Einem einfachen Jungen wie dir kann ich es nicht sagen. Dein Gehirn ist nicht groß genug für diese ungeheuerliche Information. Natürlich. Wisst ihr auch, wer sie ernannt hat? Natürlich. Und? Wer war es? Die Windmönche wurden von den Windgöttern persönlich ernannt. Genaueres... Erfennmaschinen. Weil ihr es nicht wisst. Natürlich weiß ich es. Ich sage es dir nur nicht. Ich könnte genauso gut behaupten, dass meine Eltern sie ernannt hätten. Tja, dann wären deine Eltern also die Windgötter. Wer bist du dann? Wenn ich das wüsste. Der Windsohn. Der Windgötter ist so... Woher kommen die Windmönche denn? Nun, sie haben in einem Kloster, ganz in der Nähe von Altaspen gewohnt. Es waren Waisenkinder, die dort von ihren Eltern aufgesetzt wurden. Was hinter den Mauern dort passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen. Sie sind weitestgehend unter sich geblieben. Tja, noch mehr zum Windmönchen. Habt ihr schon mal einen Windmönch gesehen? Nicht in Wirklichkeit. Meine Eltern haben oft Essen zum Kloster gebracht, wie es Tradition war. Ansonsten hat man nachts nur immer ein seltsames Leuchten gesehen, das um das Kloster herumgezogen ist. Manche sagen, es wäre ein Geist gewesen. Das Leuchten hat viele Schimpfwörter von sich gegeben. Aha. Ein interessantes Leuchten. Ich habe gehört, Altaspen soll die schönste Stadt in ganz Asposien sein. Es ist auf jeden Fall die älteste, höchste Philosophen-Arbeitslosigkeit in ganz Asposien. Viele Philosophieren auf der Straße. Ich selbst war Hyper-Nihilist. Du verstehst? Die Lehre der absoluten Sinnlosigkeit? Ich habe mit Eins bestanden, nachdem ich meinen Professoren erklärt habe, dass ein Studium eigentlich komplett sinnlos ist, da wir eh alle sterben werden. Allein. Klingt gut. Und nackt. So stelle ich mir meine Frühstudien auch vor. Das Studium muss ich mir da auch vor. Es war eine trostlose Kindheit. Aber die Stadt soll doch so schön sein, voller asposischer Kultur. Aber das sind längst vergangene Tage, als die Asposer noch im Einklang mit dem Wind lebten und das Wurzelbier noch umsonst. Erinnert ihr euch noch gut an diese Zeit? Als das Bier umsonst war? Nein. An keinen einzigen Tag. Ja, also... Mehr dazu. Wie komme ich denn nach Altaspen? Nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Dann reparieren sie. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hierbleiben müssen. Moment halten. Aber ich will nach Altaspen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine verdammte Pest bist? Heute? Kann man die Seilbahn nicht einfach reparieren? Man könnte viele Dinge tun. Aber ihr wollt nicht. Nein! So schrecklich sind die Erinnerungen an den Tag des Unfalls. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, ich muss immer wieder daran denken. Zum Beispiel, wenn ich einen schrecklichen Unfall sehe. Das ist verständlich. Ja. Kann man ihn frei binden und es dazu zwingen? Dann sind Sie auch noch das erste und letzte Ticket von der Jungfernfahrt. Ich hasse es. Ich wollte es verbrennen. Aber da hat es mich schon angebunden. Soll ich es euch vielleicht lieber abnehmen? Ja, nimm es hinvor damit. Sehr schön, da brauchen wir nur noch was, um zu machen Parlierungen. Und dann brauchen wir noch ein Werkzeug zum Probieren. Etwas zum Vogel ablenken. Das Ticket haben wir ja schon. Hm. Ist hier nach unten. Festgebunder Typ. Seltsamer Typ. Andererseits sind wir hier in Asposien. Hallo? Hm. Okay, wir können auch mal über das selber anreden. Danke für das Ticket. Aber es ist schon abgestempelt. Umtausch und oder Rückerstattung kostenpflichtig ab dem ersten Geltungstag. Verdammt. Dann können wir damit doch nichts machen. Ähm, viel Spaß noch? Den werde ich haben. Bringen wir uns doch nichts. Gut, zurück nach unten. Tja. Vielleicht kann Hack hier was anstellen. Vielleicht kann Hack den frei hatten. Den Kollegen. Du sähst nicht? Du erntest nicht? Lass mich von dir lernen. Also nicht frei hatten. Sehr schade. Käsekeil. Nicht. Ich muss erst die Mühle wieder in Gang bringen. Okay. Stoßzahn. Und wieder runter mit uns. Dass mir das nicht nochmal vorkommt. Entschuldigung. Okay. Lohneingang. Nenn mich altmodisch. Aber ich glaube, ich nehme lieber die Tür. Altmodisch. Hallo altmodisch. Und wie geht's dir? So. Ähm. Vielleicht mit dem Käse, den wir ablenken. Sveni D. Hartgenug ist er. Wenn ich dir das hier als Wege zolle. Hm. So wird es allerdings nichts. Ein Kaugelmau-Geschmack. Den esse ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Es muss unbedingt sein. Und zwar jetzt. Hm. Tja. Wenn wir vielleicht. Mit dem Stoßzahn. Ich will ihn nicht provozieren. Einfach dran vorbeigehen. Und den Schlitz. Verdammt. Huch. Das war knapp. Blöder Vogel. Vielleicht. Dafür sind Schranken nicht gedacht. Hat er gerade Blabla gesagt? Okay. Ähm. Abdeckung. Vielleicht könnte ich mit der Abdeckung Lärm machen. Aber was, wenn er auf mich losgeht? Aha. Ja. Also. Vielleicht. Das brauche ich nicht abdecken. Aber wie soll man den Wind damit machen? Die Idee ist. Also Lärm machen. Käse. Tja. Kann man das irgendwie hier. Ich wüsste nicht, womit. Irgendwit. Okay. Wird ich dem Vogel hier um den Hals? Verdammt. So wird das nichts. Hm. Tja. Vielleicht können wir irgendwie... Ah, okay. Vielleicht können wir mit Hack. Das Rad dreht sich ja hier. Vielleicht können wir das mit Hack. Huck mal. Sehr schön. Vogel ist weg. Okay, der Vogel ist weg. Sehr schön. Ähm. Alles einsteigen. Schlitz benutzen. Das Ticket scheint ungültig zu sein. Jetzt ob du jetzt das Ticket brauchst. Ähm. Jetzt können wir bestimmt mal durchs Fernrohr... Ne. Haken ist... So, hier. Ähm. Durchs Fernrohr gucken. Aha. Eine Linse ist locker. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt haben wir eine Linse. Wir brauchen immer noch Werkzeug. Der ist festgeschraubt. Das ist ja gar kein richtiges Ei. Nur ein halbes Tee-Ei. Ein halbes Tee-Ei. Aha. Tee-Ei. Ach so. Okay, und was machen wir jetzt damit? Nichts weiter zu sehen. Hier vielleicht mit dem... Das macht keinen Sinn. Tja. Ja. Also... Können wir was anders reinstecken? Ein Kaugmien-Stitz? Sieht doch fast aus wie ein Seilbahn-Ticket. Oder auch nicht. Okay. Sieht doch fast aus wie ein Seilbahn-Ticket. Das sagt er bei jedem Ding. Oder auch nicht. Tja, also... Tja, dann gehen wir die Optionen aus. Zurück zum Marktplatz. Ich glaube, dann würde ich... Es ist jetzt... Ich glaube, ich würde diesen Stream an dieser Stelle beenden, bevor wir jetzt hier noch... vor diesen Part, dieser Aufnahme... Ich meine Aufnahmen-Pause. Ähm, ich weiß nicht, wie... Wie ich jetzt mit den Parts... zur Hand gekommen bin, aber... Ja... Ich mache hier erst mal eine Aufnahmen-Pause. Dann reparieren wir im nächsten Part, im nächsten Stream, in der nächsten Aufnahme die Seilbahn. Und... fahren dann ab nach... Alt-Ason. Und... Ja, wir sind heute weit gekommen. So... Und dann willkommen zurück. Offiziell nochmal zu... Der World... Zwei. Der erste Windmönch. Der letzte Windmönch. Mit dem Zwängefürst. Und mit... unserem kleinen Novizen-Roberth. Novizen-König. Und hier die... Beratter, die wollten wir jetzt mal ansprechen direkt. Hallo. Hallo, hallo, euer Gnade. Ich kann uns vielleicht mal helfen. Sprechen sie nochmal auf die Postkarten an. Warum fälschst du denn Sachen? Ist nur so ein Hobby von mir. Erzähl und sagt, dass so ein... Außerdem habe ich damit schon ein paar Flöten-Nasen geholfen, die auf der Flucht sind. Leider kann nicht jeder seine Nase so gut verstecken, wie wir beide. Ja, ähm... Sie hätten es auch gerade wieder gesagt. Okay. Tschüss. Verzeihung. Tschüssi, euer Gn... Nobat. Dass sie eine gute Fälscherin ist. Dass sie gerne Sachen fälscht. Und... Ja, durfte ich doch, dass die hier... Und sei... Das sei ja, ich bin jetzt vielleicht fälschen. Können wir mal versuchen. Das Ticket ist schon gestempelt. Kannst du es... Ähm... Wieder gültig machen? Endstempel. Klar, ich übermale den Stempel ein. Nützlich. Bitte schön, wie neu. Ich benutze auch dieselbe Kinokarte seit drei Jahren. Ich hoffe nur, dass du die Seilbahn schnell repariert. Ja, wenn wir aufliegen, sind wir dran. Hier tauchen zur Zeit immer wieder Conroyalisten auf und die Leute tuscheln, seitdem du angekommen bist. Ich beeile mich besser, dann können wir hier bald verschwinden. Juhu! Dann sehe ich endlich was von Asposien. Das gibt bestimmt ein paar tolle Motive für meine Postkarten. Bisher habe ich nur die Dynastie gesehen und dieses Kaffir. Wenn ich noch einmal Nebel malen soll, werfe ich mich in den Windbrunnen. Und jetzt ab zur Seilbahn. Wir haben jetzt ein gestempelten Ticket. Seilbahn-Ticket. Der Vogel haben auch schon verspricht. Jetzt können wir doch sicherlich das Ticket nehmen und den Bahn stempeln. Und da öffnet sich auch schon die die Bahn. Oha! Dann mal eine Rätsel. Oder sowas nach. Ich habe jetzt erstmal die, äh, ja. Erstmal die Kontrolle hier. Hier fehlt ein Hebel. Ein Hebel fehlt hier. Okay. Nun ja, wie denn? Ohne Hebel? Da müssen wir einen Hebel herbekommen. Haben wir irgendwie sowas wie einen Hebel hier? Einen Stoßzahn. Ja, da fehlt definitiv etwas. Aber etwas, äh, hebeligeres. Ein Hebel zum Beispiel. Okay. Also müssen wir noch was anderes kriegen. Hier haben wir einen Regler. So kann ich den nicht einstellen. Aha. So kann ich den nicht einstellen. Da fehlt auch noch irgendwas. Eine leere Stelle. Hier scheint etwas zu fehlen. Alles auseinandergenommen und auseinandergerupft. Na, sehr schön. So kann ich den nicht einstellen. Knopf. Ausgeschaltet. Der auch. Hm. Ausgeschaltet. Können wir es einschalten. Hm. Ausgeschaltet. Hm. Ausgeschaltet. Aha. Alles anmachen. Hm. Irgendetwas stimmt noch nicht. Hm. Damit startet man die Seilbahn. Windmesser. Ein Windmesser. Der Windmesser scheint kaputt zu sein. Oh Mann. Die Gondel scheint zu schwer zu sein. Oh Mann. Die Einstellungen scheinen noch nicht richtig zu sein. Was finden wir hier vorne und hinten vielleicht. Hm. Die Einstellungen sind auf jeden Fall noch nicht richtig. Da müssen wir auch noch rausfinden, wie wir das machen. Okay. Sonst noch Sachen, die wir hier sehen können. Nein. Windel mit Zahnseide. Jetzt läuft der Motor. Nein. Das passt leider nicht. Nein. Das passt leider nicht. Nein. 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 Ein bisschen Käse. Okay, die Abdeckung können wir auch bestimmt noch. Aber dafür gebrauchen. Das Nest. Tja, also. Hast du eine Windgabel irgendwie? wir nein ich brauche etwas schärferes als eine windgabel ein windmesser muss her das schärferes für wofür brauchen wir was schärferes okay das ist der windmesser der ist kaputt müssen wir irgendwie reparieren eine flagge dran machen oder eine socke oder irgendwie ein windmesser erzeugen genau so sieht es aus vielleicht können wir mit dem kollegen hier ok flicken oder irgendwo was oben dran ein stoßzahn darf ich kurz ich meine ja nur ich glaube dass ein windmesser etwas anders aussieht und ok ein windmesser so fließt das t darf ich kurz ich meine ja nur ich glaube dass ein windmesser etwas anders aussieht und ok ok versuchen wir vielleicht erst mal die hier den windmesser hinzukriegen das netz das würde vielleicht ein windmesser irgendwie und das können wir absolut nicht damit damit interagieren ok finden wir hier noch irgendwo auf dem dach könnte ich mir vorstellen dass da oben irgendwo was hängt windmesser eine socke das ist doch perfekt die socke die können wir doch zu weit weg wir haben eine socke das ist doch erst mal ganz gut aber doch ist nicht immer die antwort ja ja ich muss sie noch mal wechseln da kann man doch bestimmt jetzt die socke dort hoch hängen ist doch eine naheliegende lösung oder ich weiß nicht es ist ja ich hätte gedacht dass die windmesser das ist ja die windmesser hat man das ist typisches bonia adventure lösung vielleicht das könnte spaß machen lynene 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 bien ok wie sonst wie sonst was machen wir jetzt das halb mich jetzt nicht gerade aus den socken aha aha ja was für ein wortwitz vielleicht können wir das nest in die socke stecken sollte ich noch etwas brüten auf jeden fall ja sieht ein windmesser aus ich habe gar keine ahnung was ist denn vielleicht irgendwas im inventar damit benutzen vielleicht ist hier für die abdeckung vielleicht die abdeckung gute idee die wird sich noch nicht richtig das ist also das muss so ein metall denken dass ich hätte jetzt so eine windzocke reingehängt okay da haben wir ja schon mal vielleicht können wir ich glaube nicht dass kombinieren können wir hier warum sollte ich das tun okay die die abdeckung schon das richtige und die wird sich nicht richtig biegen das mache ich nicht total verweigerung hier mit ein bisschen kaum das wird nicht klappen wenn du meinst du meinst ich kann warum sollte ich das tun ja mit heimitz metall und so weiteres könnte ja das mache ich nicht die abdecken irgendwo für irgendwo mit der schranke dafür sind schranken nicht gedacht dachte ich mir der doch hier das ist das ding ist gerade auch in der dalle vielleicht können wir vielleicht können wir es irgendwie einstellen einfach nur so eine verzweifelte idee ist gut da müssen wir selbst machen das mal wechseln hier abdecken tja warum eigentlich nicht auflegen und jetzt kommen der schranke bestimmt und schranken schließen zack sage ich doch doch schon so eine faustform das hat leider nicht viel gebracht und er weiße schon krumm ist noch andere sachen und reinlegen und krümmen warum sollte ich das ja einfach so ich brauche mal eine krumme linse nichts weiter zu sehen aha ok ich knack das da oben von der größe ja ich gehe schon tag so windgabel gute idee aber die wird sich noch nicht richtig drehen an der umsetzung fehlt es ok wir müssen noch irgendwas an den winden machen und so eine windgabel irgendwie ja hier müssen wir das nochmal vielleicht müssen wir das nochmal ist ja noch nicht ich habe wirklich keinen plan wie ein windmesser aussieht aber vielleicht können wir nochmal anders drauf legen ja genau jetzt nochmal doppelt gebogen abdeckung ja jetzt hier nochmal da soll man drauf kommen die form habe ich doch schon mal ok das ist eine wind das ist so es hat sich für das eher als satellitenschüsse so an eine art satellitenschüssel würde ich das das ist das jetzt da oben drauf und dann dreht sich das oder was aha und das ist jetzt ein windmesser aha ok dann haben wir hier schon ein windmesser müssen wir jetzt nur noch ja 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 mit robot aber ein steuerpuls dann gucken wir mal ob das schon funktioniert ok das funktioniert schon mal ok mit dem knopf rätsel müssen wir noch mal gucken wie wir damit zurückkommen was wohl ok hier brauchen wir noch eine hier fehlt ein hebel aber auch mal ein hebel da brauchen wir irgendwas um die in die mitte zu legen und ja dann können wir hier irgendwas können wir da loslegen ja also so 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 ballast müssen wir noch mal und die einstellung müssen wir richtig hinkriegen dafür brauchen wir hier einen hebel und dann die knöpfe drücken der ist fest geschraubt ist schon ballast würde ich sagen die schrauben loswerden gegen die schrauben sieht meine heftzwecke alt aus conroy schafft es immer noch dass ich mich klein fühle so bekomme ich die schrauben nicht so bekomme ich die schrauben nicht gelöst so werden schraubenzieher erstmal so müssen schraubenzieher basteln oder was und dann kann ich vielleicht dagegen hatten geschrauben ok dann hat nicht ok ach so wenn ja das mal warte mal kurz ist wir haben doch jetzt hier wir haben doch dort sie hat doch wärmzeug sekundas ist doch ok 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 ok